Was hast du denn, alter Junge? Zeig mal her! Oh, was ist denn? Nichts, nichts. Aber wir sollten uns beeilen. Warte, ich erweitere den Eichy. So, jetzt müsste es passen. Los, Filu hinein mit dir. Na los, such den Knöchen. Braver Hund, du musst Filu vorbeilassen. Ach nee, weißt du, wie eng das ist? Auge an meiner Nase. Die Hände sind drin. Na los, Filu, beeil dich. Was ist los, Titus? Ach nee, Titus. Okay, Filus Einbrecheralarm hat es sich gemeldet. Und was heißt das? Ach nur, dass dort draußen jemand herumschleicht. Und wer soll das sein? Ein Einbrecher zum Beispiel? Hier? In einem verlassenen Viertel? Dann vielleicht ein Fledermausforscher oder sowas. Du spinnst wohl. Wir müssen... Filu hat was gefunden. Eine Rolle aus Metall. Gib her, Braver Hund. Sie lässt sich aufschieben. Da ist was drin. Wir haben es geschafft. Halt Filu fest, Leo. Wir ziehen dich rauf. Los, Titus, fass mit an. Huch, nicht so schnell. Komm her, Juni. Zieh das. Geschafft. Endlich. So ein Mist mache ich nie wieder. Braver Junge. Gib die Knöchen länger. Fein. Warte, ich blende dich los. Danke. Mist, wir sollten leise sein. Was ist los? Einbrecheralarm. Jemand streicht sich an. Naja, jemand trifft es nicht ganz. Views Geruchsmodul empfängt 21 verschiedene Schweißnoten. Ach, alles Fledermausforscher oder was? Na gut, es könnten auch die Itergalaktischen sein. Aber noch haben wir uns nichts gefunden. Wenn wir uns im Muckshäuschen still verhalten. Oh nein, Fußaufgaben, Alarm. Ich habe ihn noch deaktiviert. Offensichtlich nicht. Halt er sich das Ding ab. Versuche ich ja. Gib mal her. Dort drüben, Commander. Nichts weg hier. Schnell, da vorne durch die Tür in den Flur. Dort drüben ist ein kaputtes Fenster. Da kommen wir raus. Mist, das ist so hoch. Nimm meine Hand. Sprengfiel. Los, Titus. Ich will draußen und jetzt. Da entlang. Nein. Oh nein, da kommen noch mehr. Schnell, zurück. Nicht dort hin. Das ist eine Sackgasse. Psst. Wie aus dem Nichts taucht erneut der Mann mit dem Kapuzenmantel vor ihnen auf. Hier entlang. Wer sind sie? Wir haben keine Zeit. Entweder wir vertrauen ihm oder die Intergalaktischen schnappen uns. Die Kinder folgen dem Kapuzenmann durch einen dunklen Gang und dann durch eine schwere Holztür in einen großen Lagerraum. Alles voller Bergwerksgeräte. Krass. Da drüben lagert sogar Sprengstoff. Das muss Fred nach dem Hans Lager sein. Es geht schon lange das Gerücht um, dass er... Das ist mir sowas von egal. Ich will wissen, wer dieser Mann ist, der uns hier hingebracht hat. Ich hab da so eine Ahnung. Sie sind der graue Mann. Hab ich recht? Der Mann im Kapuzenmantel rührt sich nicht. Er steht im Schatten, sodass man sein Gesicht nicht sehen kann. Sie kennen meinen Vater. Er hat ihnen vertraut. Gut, sagen sie mir, was geschehen ist. Habt ihr das Manuskript? Sie erfahren gar nichts von uns, bevor wir endlich Antworten erhalten. Beruhig dich, Titus. Ich beruhige mich, wann ich will. Du hast ja gar keine Ahnung, wie das ist, wenn der eigene Vater plötzlich verschwindet. Doch, Titus. Ich glaube, ich weiß, wie das ist. Euch bleibt keine Zeit. Hört genau zu. Versteckt euch in der blauen Tonne. Dort seid ihr sicher, was auch immer passiert. Habt ihr das verstanden? Was auch immer passiert. Mehrere Zugänge werden gesprengt. Durch Rauch und aufgewirbelten Staub hindurch stürmen die intergalaktischen Schutztruppen in das Schmugglerlager. Als Zara sich umdreht, stellt sie fest, dass der geheimnisvolle Mann verschwunden ist. Titus öffnet hastig den Verschluss des Metallrohrs aus dem Grundstein und zieht die Manuskriptrolle hervor. Was hast du vor, Titus? Freistchenfinger. Bist du irre? Lecker, happy, happy. Geh das sofort her. Zu spät. Hast du einen Knall? Von überall strömen die Soldaten herein und besetzen die Ausgänge. Hände hoch und keine Bewegung. Na, was denn nun? Hände hoch oder keine Bewegung. Keine dummen Sprüche, Junge. Wir haben sie, Commander. Könnt ihr eine blaue Tonne sehen? Dort drüben. Da steht ein blauer Müllcontainer. Aber was nützt uns das? Klappe halten. Hier wird nicht getuschelt. Geh die Rolle her, Junge. Hey! Sie ist leer. Ja, komisch, nicht wahr? All die Mühe und zur Belohnung gibt's nur ein olles Blechrohr. Wisst ihr, ich habe Kinder doch nie leiden können. Sie sind laut, machen ständig irgendetwas kaputt und gehen den Erwachsenen auf die Nerven. Naja, sie wären jetzt auch nicht unbedingt mein Traumpapa. Commander Haidt lächelt. Kein schöner Anblick. Ungefähr so muss ein Haifisch aussehen, bevor er einem Taucher das Bein abbeißt. Durchsucht die Wäge. Aua! Was soll das sein? Das ist nicht so groß. Finger weg. Nichts, Commander. Wo habt ihr es versteckt? Wir haben nichts versteckt. Kennt ihr die Sonderklausel 17b des Paragrafen 191 der universellen Verfassung? Bis jetzt nicht, aber wenn Sie wollen, kann ich das gerne für Sie recherchieren. Nicht nötig. Es ist eine meiner Lieblingsklauseln. Sie besagt nämlich, dass jede Person, unabhängig von ihrem Alter, mit allen notwendigen Mitteln zur Kooperation gebracht werden darf, wenn eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit des intergalaktischen Verbundes besteht. Soll ich euch das mal übersetzen? Äh, ich denke, wir haben verstanden. Naja, um ehrlich zu sein, ich hab's nicht ganz kapiert. Es bedeutet, dass ich jedes Mittel anwenden darf, um euch zum Reden zu bringen. Commander Hades Haifischgrinsen verstärkt sich. Ein Soldat bringt einen kleinen Koffer, der irgendwie beunruhigend aussieht. Commander Hades klappt den Koffer auf und holt eine riesige Spritze mit einer giftgrün-schimmernden, blubbernden Flüssigkeit heraus. Glaubt mir, Kippel, mithilfe dieses Wahrheitsserums wird mir nichts aus eurem nichtsnutzigen Kleinleben verbauten bleiben. Ihr werdet mir all eure Geheimnisse verraten und jeder nach so kleiner Lüge beichten. Sogar, wann ihr bei wem in welcher Klassenarbeit abgeschrieben habt. Commander Hades hebt die Spritze. Ein kleiner Tropfen der giftgrünen Flüssigkeit rennt zischend die Nadel hinab. Das Ganze hat auch ein paar kleine Nachteile. Die meisten Leute können gar nicht mehr aufhören zu beichten und bleiben irgendwann als brabbelndes Wrack zurück. Also, wo ist das Manuskript? Holen Sie sich jetzt Ihren 50 Euro Willkommensgutschein für Bücher, Filme, Musik und Hörbücher beim Christlichen Club, dem Medienclub mit der großen Auswahl. Mehr unter derchristlicheclub.de Hörbücher Vielen Dank.